Mein Name ist Claudia Rippe und ich bin Schauspielerin. Und ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es keinen Unterschied zwischen wir und ihr gibt. Wenn meine Nachbarn zu laut sind, dann gehe ich hoch und sage, wir machen zu viel Krach. Und wenn ein Hund auf den Gehweg kackt, dann sage ich zum Besitzer, unsere Hunde machen zu viel Dreck. Wenn mein Mann sich nachts im Bett zu breit macht, dann sage ich, wir nehmen zu viel Platz ein. Und wenn er schnarcht, dann sage ich, wir schnarchen. Wenn ich will, dass irgendwer Opfer bringt, dann sage ich, wir müssen Opfer bringen. Und wenn ich Leute einsperren will, dann sage ich, wir müssen zu Hause bleiben. Wir alle gemeinsam. Und Ihnen sage ich jetzt, die Zeiten sind hart. Aber wir schaffen das. Wir gemeinsam. Bleiben wir gesund.